Achtung! Targorod beschmutzt Himmel und Erde, pflügt einen flammenden Pfad. Eile, Eile, Eile! Er wütet durch das Land Asche auf seinem Pfad. Targorod wird nicht schwer zu finden sein. Er musste graben, zurück in die Tiefen verbannt werden. Es brennt. Alles brennt. Was ist dieses Ding? Geflohen ist Targorod. Entflieht Mordor und brennt euer Letzor. Der Dämon ist in die Höhlen gestiegen. Sagt er, er hätte ein Geheimnis für dich. Er legt auf! Tarn und Klaue bringen Heilung, Orkling! Spur. Nein. Erst umgekehrt! Lauert und lässt Flammen niederregnen! Wohin geht ihr? Kommt Eis! Wir gehen zum Eis! Spendest du schwacher Rücken, doch entnicht rücklinks! Spendest deine Dornen auf schwacher Rücken, spendest deine Dornen auf den Dämon, erwache! Unsere Bestien werden zu Aschefleischling Ziele! Sphäre aus Eis! Bring diesem Besten Mode und Feulnis! Er greift nach uns. Heile, die Kraster, heile! Was hat er gesagt? Spielt es eine Rolle. Wir bringen Licht ins Dunkel! Ein Ende dem Feuer! Dieser Walrog entstammt einer... Das Wasser ruft nach dir! Mach ihn ab! Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken! Das Wasser ruft nach dir! Das Wasser ruft da�! Das Wasser ruft dich! Das Wasser ruft dich! Das resarla merge dich! Das Wasser ruft dich! Das Wasser ruft dich! Das narrowstand setzen dich! Oh, okay, okay, babe. Garbage. Woolfruits. All I've done. Schlag zu wie Donner, falle wie Regen, lösche seine Flamme. Die Flamme, die Flamme, die Flamme, die Flamme! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt! Wir müssen angreifen! Wir müssen angreifen! Wir müssen die Bestie in die Tiefe schicken! Untot bezwingt Untot! Wir müssen angreifen! 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 Notwasser! Verflucht ist der Schöpfer! Wir müssen angreifen! 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 dumm aus! So sehen wir angreifen! Wir müssen 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 angreifen! Es kommt noch! Wir müssen angreifen! 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 Das Ritual! Wir müssen angreifen! 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 Die Schrauben, die seine Banierhitsen vom Üben, sind sie dümmer als ein kopfloser Zins. Karagor von seiner Energie angelockt, von seiner Verderbnis getrieben. Der Geist, dass meine Brüte Energie der Feuern ist. Unser Werk ist noch nicht getan, Untoter. Sei bereit. Diese Nekromanten werden nicht einhalten, bis alle toten Mordors erweckt wurden. Eine Armee so stark wie die unsere. Ein Nekromant allein ist gefährlich, aber mit vielen, er könnte eine Armee erschaffen. Die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben! Die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben, der Schrauben elfkart Thank you. Was ist das Gehörte? Nur noch ein paar Schlöcke! Das tut wenig, hm? Die Scheisse! Das war's. Ich bin dein Gehengegen. Ich bin dein Gehengegen. All die Schönegegen. All die Schönegegen. Er liegt dein Gehengegen. Er wird weg. Nein, der ist kein Gehengegen. Er wird weg. Oh mein Gott. Der Schönegegen. Er wird weg. Er wird weg. Ich will dir! Jemand hat ihn getötet! Kämpfe dich! Warte! Gott allgemein! Warte! 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 Wie lange legt der schon hier? Warte! Warte Sreie! Ich kümmere, dass einige Einflereure Du schließt dich her! Ja, wir vernichten Sauron! Zu Befehl, heller Herrscher! Du kennst dir ihn! Geht er dir doch mal! Doch mal! Du hast die Berliner Seite gewählt! Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Ich weiß noch, was das alles soll. Ich bezüchte dann gleiche Leidenschaften. Hast du in die Augen? Wenn man wieder engagiert hat, dann geht es an den Schlachtelbein. Wenn sie Blutchen... Moment! Erledigt die Schwingen! Ich wählte die Spinnengestalt, weil ich im Netz des Schicksals wandeln, seine Fäden weben wollte. Der dunkle Herrscher wählte etwas anderes. Er wählte einen Panzer aus kaltem, dunklem Stahl. Er wurde zu einer Maschine, einer leeren... Von Anfang an war Sauron ein für den Krieg erschaffenes Wesen. Dann ist es an uns, ihn zu vernichten. Das war mein letzter Oberverschleister.